So, die Schuhe waren fertig. Jetzt kommen sie in den Trockner. So, die Schuhe waren fertig. So, gucken, ob das was bringt. Chorprogramm. 40 Minuten. Das reicht ja. So, in diesem Programm wird nur gelüftet. Es ist keine Trommelmechanik. Man kann den Trocknerkorb, soweit ich es laut Anleitung gesehen habe, auch mit Trommelmechanik nutzen. Was irgendwie total unlogisch und dumm ist, wenn man mal was üften will oder so, halte ich aber für unnütz. Und ja, so geht es ja auch. Die läuft jetzt gleich auch nochmal. Ich habe vorhin auf dem Hof mitgeholfen, bisschen Wärmepunkte angegangen. Auf dem Hof mitgeholfen Heu machen. Und meine Sachen sind voller Heu, Stroh, keine Ahnung was. Das kommt gleich nochmal auf Express schnell. Ist ja soweit sauber gewesen. Bis auf das jetzt alles verstaubt ist und voller Heu mache ich das nochmal. Und ja.